ja verkackte unsichtbare Wand die Sprengen wir einfach weg aber ich habe doch mal irgendwie so ein Patch, dass man, ne so ein Bug, dass man hier hoch konnte muss alle wieder weg ist eben wir sprengen die unsichtbare Wand weg Ich steige gerade das Flugzeug man kann hier nicht weiterkommen, hier ist die unsichtbare Wand ich steige gerade das Flugzeug Ah hier ist noch, ja ok ich geh kurz sehr gut Danke für die Aufnahme Take Number Two